Und weiter geht's mit der Belagerung von Angel. Der Tochter von Jack. Wo? Hey Angel. Hallo. A kleiner Engel. Oh Munition. Badass Loder, okay. Ah, ich brenne. Ritium Injektor. Uuuuh. So. Hier ist auch noch Munition. Was tust du? Schüterben. Schüterben? Da, Arschloch. Ich helf dir höher. Alles wird gut. So, ist jetzt noch einer frei oder wie? Ah ne, okay. Der geht jetzt wieder hoch. Alles klar, das kann ja noch ewig dauern. Uiuiui. Wo gehst du hin? What the fuck? Ich will mit. Bist zu groß dafür. Däh. Nein, bin ich nicht. Ha. Besser? Ich hab's weggemacht. Bin tot. Du hast einen gut bei mir. Boah. Nein. Nein, irgendwie nicht. Nein. Ich möchte das nicht, dass du stirbst. Bleib gefälligst am Leben jetzt. Das war ein Befehl von ganz oben. Nein. Irgendwann hat mir gar kein Befehl gegeben. Pff. So, was macht denn der da oben so lang? Der soll sich mal beeilen. Ah. Oh, nein. Jetzt, jetzt lasern die hier auch noch rum. Ja, glaub ich's denn. Tug, tug. Boah, diese Schutzschildviecher, die Nerven. Ist weg. Wieso tut der das? Ja, genau. Komm her, mein kleiner, komm her. Sack. Medikit. Roland, wie sieht's aus? Mach hin. Jetzt, mach. Sonst kriegst du einen aus dem Maul. Wie willst du das von hier unten schaffen? Ah, Hilfe! Was ist denn los? Ist klar. Versprich mir das, dein Tötungskreis. Ja. Gerne. Das verspreche ich dir sehr gern. Ne, Olli, den holen wir uns. Ja! Lol. Welch eine Lahn. Hui. Weg. 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 Nein. Nein. Ah. Du, Klauer! Ach, halt's Maul. Wie, halt's Maul? Willst du einen rum? Gut, den Armen. Hier. Hier. Roland, mach hin. Wo? Da. Kaputt. Boah. Hey, sieh mal, Feinde! Nee! Echt! Was du nicht sagst! Oh, Rolins Waffe an! Was will die haben! Was hat der? Na, so eine Art AK. Okay. Hilfe! Ich glaub, der hat so eine Waffe, wie ich hab. Pizza. Mehr oder weniger. Ich hab aber Einzelschuss. Gut gemacht! Oh, er brennt. Ist das nicht schön. Ey! Da will man hier schon mal jemanden wiederbeleben und dann sowas. das merke ich mir. Hey, das Gerät kann heilen, cool. Heilung, Heilung, sterben, sterben. Sterben, 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 sterben. sterben. Ich bin neben dir. Hilf mir hoch, du Sack. Wenn hier jemand beinahe stirbt, dann ich. Oh oh. Was los? Das Geschütz ist weg. Ah, okay. Stopp, stopp. Wie ist das? Na, wo willst du denn hin? Du haust dir nicht ab. Und ich hab da noch die Schrottflinte bestimmt, ja. Munition klingt gut. Wo ist denn dieses... Ah, Schmerzen! Unglaublich, oh oh. Wirst du das? Wirst du das? Oder wirst du das? Und vielleicht das? Warum? Ich möchte noch nicht gehen. Ich möchte erst töten. Die hat doch gesagt, dass ich sterben will. Ach, da oben hocken die. Alles klar. Ah, Hilfe! Olli, wieso hast du da Laser rangebaut? Ja, das war nicht meine Absicht. Das tut man nicht. Oh, was das wäre so ein Heilkanon, weißt du? Oh ja. Hab dich. Ah! Das war so ein Firehawk. Aber doch nicht direkt vor mir, das tut man nicht. Da hast du dich. Sag doch, es kommt nur Badass. Ah! Ah! Hilfe! Ich brauch Hilfe! Nein! Dankeschön. Ich bin tot. Ich bin so weit von tot. Die Säcke haben wohl eine Chance. Wie krieg ich die Tür auf? Ah, da. Knopf. Stimmt. Vergessen. Drück. Ich bin wieder am Leben! Hilfe! Ich werde sterben! Was zur Hölle? Wieso werde ich immer weggebombt? Blödes Viehzeug. Sie muss sterben! Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Na, ich muss ja oh sagen. Ja, ich habe oh oh gesagt, weil ich irgendwie zu dir muss. Um dich zu helfen. Ich helfe dich! Allah. Guten Tag. Mein Name ist Badass. Na, jeder Stärke. Ich muss mich kurz verstecken. Boah, die Viecher halten aber auch viel aus. Ja. Scheiße läuft's hier. Nein. Nein. Hehehe. Hehehe. He. Da ist doch. Oh, blödes Vieh. Stirb endlich. Hol es dir. Hast du gut gemacht. Nachtstirb, ja. Ich halte das hier den ganzen Tag durch. Nein, okay. Also so langsam, ne? Wäre schon toll, wenn ihr sterbt. Ja! Erledigt. Tja. Und jetzt? Ist die tot, oder was? Jetzt töten wir Jack. Blige! Aber der Schlüssel liegt ja noch hier und... Ach, wir wollen den Schlüssel gar nicht, was? Dann wird die Kammer wohl auch diesmal nicht geöffnet werden. Acht, red mal mit uns. Kapitel 15! Engel und Narren, Teil 2. Ein Video zum ersten Mal. Sie ist tot. Jetzt hat Jack keine Chance, mich den Krieger zu wecken. What the fuck? Wir haben den Kammerschlüssel, aber es ist noch nicht vorbei. Wir müssen Jack finden und ihn erledigen. Lilith, bring den Kammerschlüssel zu Tennis. Ich übernehme Jack. Oder auch nicht. Ruhe! Wir sind... Jack! Du Dreckskerl! Ich werde... Vorsicht! Wie geht der Spruch? Kämpfe niemals gegen einen, der nichts mehr zu verlieren hat. Ich werde dir zeigen, wie viel du noch zu verlieren hast. Und ich habe die mächtigste Sirene des Planeten, um das zu tun. Will? Lilith, töte den Kammerjäger. Wir haben noch ein Date mit dem Krieger. Tu es, Lilith! What the fuck? Was ist passiert? Was zum Henker ist passiert? Herr Splatwing, und jetzt das? Kammerjäger, wir treffen uns in Sanctuary. Wir müssen Lilith zurückholen. Wo bin ich? Wo sind wir? Hier gibt es jede Menge Ausrüstung. Geil. Erstmal schön abstauben. Wo wir sind, ist egal. Hier gibt es wertvolle Sachen. Ich mache auch mal einen auf. Oh, ich kriege wieder... Uh, äh... Was macht die? Brand... Brand... Die Penner! Hihi. Guck mal. Guck mal. Oh, alte Couch. Ah! Alt Couch, alt Couch. Ah, jetzt geh weg! Scheint war das doch nicht kurz vor dem Ende, oder? Keine Ahnung. Oh, hier steht einer. Wo wir sind. Warte mal. Wir sind in irgendeiner Kammer. Ach, hier geht's sogar nach Sanctuary. Okay. Was gibt's hier? Schlecht. Schlecht. Wenn du mit Ausrüstung geborenst. Ist doch schön. Hier ist auch noch überall Geld. Jam, 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 jam. Geld schmeckt? Mhm. So. Nach Sanctuary zurück gern. Können wir machen. Gott. Los geht's! Yeah. Wo zum Teufel kommst du denn her? Verdammte Kammerjäger. Entschuldigung, Markus. Bastard! Das war nur ein Trick. Okay. Angst. Hey, wir haben eine neue Quest. Alles okay? Hey, hab ich dich nach Sanctuary gebracht? What the fuck? Ich fühl mich ganz komisch. Das Gerät, mit dem Jack mich traktiert. Wir haben eine neue, ne? Mhm. So, wer will jetzt hier noch was von uns? Zu so später Zeit will hier noch jemand was. Ich will verkaufen. Dämonenjäger. Ein mieser Tag in Lünschburg. Ein Riesenskack! Oh Gott, was will er? Was zur Hölle bist du? Ist das unser Skack? Ich glaub, das ist Doki noch. Okay. Ach, wir haben noch ne Aufgabe. Wir werden wieder mit Quest zugebombt. Yay! Yay! Also war das doch nicht kurz vor dem Ende. Ich dachte jetzt, wir kämpfen da unten direkt gegen Jack. Mhm. Okay. Also haben wir noch ein bisschen was vor uns. Finde ich gut. Jupp. Aber dieser Bunker, das war ja wohl mal heftig. Uiuiui. Oh. Lol. Komm mal her, das ist cool. Ich komme. Hey Tim, du bist aber ziemlich schnell bei der Hand mit Anschuldigungen. Kommt Leute, wir sind doch Freunde. Immer mit der Ruhe. Das ist echt bescheuert. Lol. Äh, Entschuldigung, können wir helfen? Was? Hilfe? Also, das ist ne lange Geschichte. Nein, das ist ne kurze Geschichte. Ich schreib Kurzgeschichten. Es war abgemacht, euch nicht zu teilen, aber bevor es dazu kam, hat sie sich einer komplett unter den Nagel gerissen. Diese Idioten schreien sich immer noch an. Hier ist Marshall Friedman. Wenn du mir einen Gefallen tun und diese Trottel zum Schweigen bringen willst, damit ich mein Nickerchen fortsetzen kann, dann wüsste, dass nur einer von ihnen die Wahrheit sagen wird. Die anderen drei sind Lügner. Wenn du raus bist, ist sicher, die anderen ausgeraubt hat. Verpass ihm von mir ne Kugel in den Kopf. Das wär prima. Ja, wieder Detektivarbeit. Red mit mir. Also unter uns, O'Kendler ist der Dieb. Als wir gebumst haben, meinte er die ganze Zeit, yeah, Baby, ich reiß mir das Geld unter den Nagel. Und ich sagte, das kannst du nicht machen. Und er, doch, Baby, das mach ich. Und ich, das ist Unrecht. Hat mich trotzdem irgendwie angetörnt. Äh, okay. Sam hat das Geld geklaut. 100 Prozent. Nachdem sie und O'Kendler unseren Coup ordentlich gefeiert hatten, hab ich gesehen, wie sie sich die Beute in die Rose gesteckt hat. Sam lügt wie gedruckt. What the fuck? Okay. Pass auf, nach dem, was wir über das menschliche Bewusstsein wissen, kann ich mir nur einer Tatsache gewiss sein. Ich habe das Geld nicht geklaut. Ich kenne meine eigene Psyche und ich weiß, dass diese Psyche es nicht geklaut hat. Würde ich die Psyche der anderen kennen, könnte ich dir weiterhelfen. Aber leider kann ich nur für mich sprechen. Und das tue ich hiermit. Und sage, ich habe das Geld nicht geklaut. Tja, Sam, sieht schlecht aus für dich. What the fuck? Stirb doch. So. Uh, schlecht. Ihr könnt aufhören. Was ziehst du auf mich? Alles ist in Ordnung, ganz ruhig. Was zieht der auf mich? Schnell weg hier. Ja, guck mal, der hat ein Schwert. Wer? Andere Seite. Nicht der, der. Wer, wer? Ah. Ja. Mhm. Abliefern for the win. Wir haben noch was vor uns. Jopp. Zumindest haben wir noch ein Nebenquest. Weiß wie viel Uhr wir haben. Ja, weiß ich. Viertel von neun. Oh Gott, wir sind suchtig, weißt du das? Ach was, wir nehmen doch erst circa vier Stunden auf. Rekords. Jupp. Nicht mal bei Saints Row haben wir so viel aufgenommen. Hintereinander. Mhm. Also das Spiel ist wirklich gut. Gefällt mir. Ah, da bist du ja. Ach so. Das ist ja direkt ganz abgeben. Alles klar, dann würde ich sagen, mache ich hier schnell einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.